Musik 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 Ja, wir sind die Füchse Berlin-Reineckendorf, die Tischtennisabteilung hiervon. Die Füchse Berlin den meisten wahrscheinlich einen Begriff vom Handball, die an der ersten Bundesliga hervorragendes leisten. Wir machen auch seit Jahrzehnten Tischtennis, auch hochklassig, auch im Leistungssport, aber auch im Breitensportbereich. Wir haben eine Freizeitgruppe, wir haben Senioren, Damen und Herren und natürlich Kinder und Jugendliche. Musik Musik Wir freuen uns, dass wir nominiert wurden für den Amateurstudium Sportpreis und das ist uns erstmal eine sehr große Ehre, dass auch der Verband gedacht hat, dass wir gute Arbeit leisten und dafür vorgeschlagen werden könnten. Wir freuen uns sehr darauf und denken, dass wir auch insgesamt sehr, sehr gute Arbeit leisten. Über einen Erfolg, auch eine Platzierung würden wir uns sehr freuen und mit dem Geld können wir sehr viel anfangen im Nachwuchsbereich, vor allem wie jetzt hier der Lehrgang im Hintergrund. Musik Herzlichen Dank für die Nominierung. Wir freuen uns sehr, es ist uns eine große Ehre. Wir bitten euch alle für uns zu voten. Stimmt also alle ab, denkt an uns. Wir sind... Grüße! Musik 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 Musik